Und da sind wir zurück. So, hier sind hier genau. Hm. Dann muss ich hier schon die Treppe machen. Dann hier die nächste Treppe. Hier Treppen. Hm. So. Oder Sand. Und die nächste Fackel hin. 1, 2, 3, 4, 5. Hier. Hm. Hier passt das auch. Yep. Feiner. Hm. 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 Die Brücke wird sich nicht ganz ausgehen mit den Steinen. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, und das war's. Deswegen bräuchte ich noch ein Stack in etwa. Das holen wir uns noch schnell. Und dann ist der Hauptweg endlich mal fertig fast. Dann fehlt nur noch das mit der Lava. Ich nehm zwei Sticks zur Sicherheit mit. Sonst müssen wir nochmal zurücklaufen. Dann muss ich auch mit der Erde noch ein bisschen ausbessern. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, eins, fünf, 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 vier, fünf, gut. Eins, zwei, drei, vier. Hm, ach, stimmt das überhaupt gerade? Ja, oh mein, Schock. Ach, das stimmt jetzt nicht. Komm, 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 komm. Okay, komm, komm. Und jetzt hier die fache wieder. Genau. So, wo wäre er? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Keine Fackel mehr. Toll, noch kein Holz mehr. Das ist aber etwas mies. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Achso, muss ich eine Säule machen. Ach, das Ton drunter muss ich irgendwann rausholen. Dann noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das müsste der richtige sein. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, vier, fünf. Dann noch hier. Ja, ja, ja. Genau. Ah, hier stimmt es nicht. Alles. Das heißt, ich brauche nur noch Fackeln. Das heißt, der Timer. Ein bisschen Zeit noch. So, Holz. Wo steckt es denn? Hier ist es. Das heißt, ich brauche nur noch eine Säule. Da habe ich jetzt noch eine Götung. Das hab ich hier gemacht. Ich habe falsche Steine eingebaut. So, hier gehört eine Treppe hin. So, der Weg ist soweit fertig. So, der Weg ist soweit fertig. Hier fehlt Ehre. Habe ich da hinten keine Fackel hingepackt? Bisschen dunkel dort. Ach, das ist diese Fackel hier. Hm. Ich würde mir das gerne mal von oben ansehen wollen. Aber das dauert noch ein bisschen bis wir den Jetpack haben. So, jetzt können wir den auch schön entlang marschieren. Dann haben wir das geschafft. Das heißt, in der nächsten Folge... Was machen wir in der nächsten Folge? U-Bahn. Was haltet ihr von U-Bahn? So, die Stenzilien packe ich hier rein. Blümchen. Das kommt auch hier rein. Der Rest kommt unten rein. Dann haben wir jede Menge. So, das heißt, die Folge ist gleich vorbei. Hier kann ich noch einen Deckel drauf machen dann. Nehme ich mir eine mit. Und das ist irgendwo noch eine dämliche Spinne oder so? Ne, der ist ja direkt schon da runter oder was? Ja. Cool. Dann ist es fast fertig. Achso, sehe ich sie so nicht. Aha. Da sind ja gar keine Monster eingeschaltet. Kann ja kein Monster dran sein. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann! Bis dann!